ja willkommen zu einem kleinen tutorial und zwar möchte ich in diesem tutorial noch mal ganz rein theoretisch die verzweigungen erläutern die verschiedenen verzweigungsformen und wie man diese anwendet ich werde mal anfangen mit der einfachsten form der verzweigung und zwar ist das die zweifach verzweigung also diese hier weil die kennen wir eigentlich schon als edv1 wo wir uns um in excel die wenn funktion angewandt haben ich so mich das mal ein bisschen ran kann ich das hier machen das gute frage okay so jetzt hat es geklappt also das wichtigste ist immer man hat eine bedingung und diese kann entweder wahr oder falsch sein das heißt in dieser bedingung muss symbolischer ausdruck stehen beziehungsweise das ergebnis dieser operation die hier stattfindet muss immer bull sein also null oder ein zwar oder falsch das ist ganz ganz wichtig wird oftmals falsch gemacht liegt zwar elementar aber gerne wird das übersehen weil der computer kann nur sowas auswerten also sowas wie vielleicht oder solche sachen das kann normalerweise in allen programmier algorithmus was wir verwenden kann sich ausgewertet werden so das heißt so eine antwort wie schönes wetter muss man muss mit klarem ja oder nein beantwortet sein so und für den fall dass die ja dass die antwort ja ist ja dann tritt dieses ereignis ein da kann man sich kurze hosen anziehen und für den fall dass es nicht eintritt oder dass die bedingung falsch ist dann tritt dieses ereignis ein das heißt wir unterscheiden hier zwischen zwei alternativen im übrigen können ja auch mehrere alternativen stehen ich habe nur als eine reingeschrieben aber das können durchaus hier dann noch mehrere was weiß ich wenn jetzt schönes wetter ist dann ziehe ich kurze hosen an und sandalen und dem sonnenbrille mit ja und wenn jetzt kein schönes wetter ist dann ziehe ich lange hosen an jacke und gummistiefel als beispiel ja danach sieht man jetzt hier jetzt ist diese verzweigung beendet jetzt geht es im normalen sequentiellen code weiter das heißt es kommen wieder anweisungen die einfach aufeinander folgen ja das sieht man hier an dieser form das ist quasi das sind die beiden alternativen jeweils pro alternative nur eine anweisung und hier endet das ganze der ganze verzweigung und das geht im normalen sequentiellen code das heißt es folgt eine sequenz nach der anderen geht das ganze weiter man kann so eine einfache sind zweifache verzweigung die jeweils nur eine anweisung pro alternative hat auch mit der wenn funktion ausdrücken wie man es eben schon in excel im edv 1 gemacht haben ja ich habe mir die wenn schreibweise genommen wenn dann in klammern schönes wetter wäre die bedingung dann kommt samikolon abgetrennt die was soll ich machen wenn die bedingung eintritt also dann kurze hosen und was soll ich machen wenn die bedingung nicht eintritt ja wichtig ist die wenn funktion geht aber nur dann wenn sie nur eine anweisung pro alternative haben haben sie mehrere anweisungen pro alternative zum beispiel kurze hosen sonnenbrille und so weiter ja oder lange hosen und jacke und so weiter dann können sie mit der wenn funktion nicht mehr ausdrücken ja dann brauchen sie dann echte kontrollkonstrukte in excel wäre das dann dass sie dann im excel auf vba wechseln müssen um halt mit vba das produkt zu programmieren und in madcat haben sie auch die wenn schreibweise die zeige ich ihnen auch noch gleich im anderen tutorial oder auch die programmier kontrollkonstrukte und in dem fall müssen sie jetzt den ifs konstrukte nehmen ja wenn sie mehr anweisungen pro alternative haben haben sie eine anweisung pro alternative dann können sie auch im madcat die wenn schreibweise beziehungsweise das heißt sie schreiben die funktion verwenden so das war die zweifach verzweigung ich glaube die ist glaube ich den meisten e geläufig jetzt kommen paar sachen hinzu die wir eben noch nicht in adv 1 haben und zwar in der sonderform wäre die einfach verzweigung ich versuche jetzt mal hier das ganze wieder ran zu zoomen so bei der einfach verzweigung haben sie auch wieder eine bedingung und die bedingung hat natürlich wieder zwei fälle nämlich entweder sie ist erfüllt oder sie ist nicht erfüllt allerdings tritt nur in einen der fälle wirklich eine anweisung auf in dem fall jetzt hier wenn wenn die bedingung erfüllt ist dann mache ich etwas ist sie nicht erfüllt dann mache ich im prinzip nichts ja dann passiert gar nichts und dann geht es im prinzip gleich weiter das kann natürlich auch umgekehrt sein und das nennt man dann einfach verzweigung im prinzip ist das wie eine art zweifach verzweigung ja auch wieder zwei alternativen allerdings bedeutet hier dass bei einer alternative halt nichts passiert ja und daran erkennen sie immer eine einfach verzweigung also hier noch mal es regnet wenn ja nämlich ein schirm mit und gehe spazieren wenn es wenn es nicht regnet der bedingung ist nicht erfüllt dann gehe ich direkt spazieren das heißt hier wird jetzt nichts passieren ja würde ich jetzt hier eine alternativ anweisung haben was weiß ich wenn es nicht regnet dann nämlich halt den sonnenschirm oder so dann hätten wir wieder eine klassische zweifach verzweigung da wären wir quasi hier drüben da allerdings hier nichts passiert sprechen wir von einer einfach verzweigung in der einfach verzweigung kann man eigentlich nie wirklich ausdrücken mit einer wenn funktion ja das da brauchen sie dann wirklich vb oder halt dann im medcat die kontroll konstrukte man kann manchmal so rumtricksen indem man halt in excel muss auch gemacht in dem einfach dann wenn die hier einfach leer string ausgegeben haben ja und da war dann der zelle nichts angezeigt oder so allerdings ist das streng genommen bisher trotzdem was auch wenn ich im prinzip nichts angebe gebe ich ja quasi nichts aus ja und dann ist es im prinzip eigentlich trotzdem etwas ja deswegen kann man davon ausgehen dass eine einfach verzweigung können sie mit der klassischen wenn funktion im prinzip nicht ausdrücken so ja hier unten haben sie noch mal diese trickserei die ich eben gerade gemeint habe ja dass man sagt okay ich tue es quasi einfach durch eine zweifache ausdrücke ausdrücken wie man das eben excel gemacht haben also das heißt hier es regnet dann nämlich schön mit und hier tue ich explizit nichts ja aber wenn man das aber so schreibt dann tut man ja schon was ja also dass das meinte ich damit das ist eigentlich jetzt nur eine trickserei also streng genommen rein von der programmierung her wäre das immer noch eine zweifache verzweigung ja aber dennoch wenn das zu einer lösung führt die annehmbar ist ja können sie das gerne machen ja aber man sollte es dann die wirklich einfach verzweigung nennen denn es ist keine nur das ist eine echte einfach verzweigung weil hier wirklich nichts passiert ja nichts auszugeben ist im prinzip schon in der handlung auch wenn da vielleicht am bildschirm nichts passiert oder so ja die letzte form der verzweigungen ist die sogenannte mehrfach verzweigung das heißt jetzt hier hatten wir zwei alternativen hier hat man eigentlich gar keine alternative sondern quasi nur eine anweisung die eventuell ausgeführt wird oder nicht und wenn sie jetzt quasi mehr als zwei alternativen haben dann sind sie bei einer mehrfachverzweigung das ist diese hier oben und da gibt es immer verschiedene möglichkeiten das sagt zu implementieren manchmal oft oftmals hat man hier so eine art zähler ja oder eine gewisse bedingungswert ja den man im prinzip auswerten kann das wäre zum beispiel hier unsere temperatur also außentemperatur also technische für außentemperatur und jetzt kann ich im prinzip das als als auswert parameter nehmen es kann ich sagen okay wenn diese das tragische oben ein und jetzt kann es quasi abfragen also okay wenn jetzt diese außentemperatur kleiner fünf grad ist dann nehme ich einen wintermantel mit ja ist sie kleiner als 15 grad dann nehme ich eine jacke mit ist sie kleiner als 25 grad dann in jacket und ansonsten wenn keiner dieser beiden fälle eingetreten ist nämlich im prinzip keine jacke mit ja wichtig ist auch hier sobald so ein fall eintritt gehe ich quasi raus und die anderen werden gar nicht mehr abgeprüft ja das ist ganz ganz wichtig da gibt es manchmal auch konstrukte wo das ist auch madcat möglich wo die anderen trotzdem abgeprüft werden aber in dem fall wenn ich das so darstelle ja die bedingung ist erfüllt der pfeil geht nicht wieder zurück das heißt in dem fall sobald eine davon erfüllt ist werden die anderen gar nicht mehr angeschaut ja und diese else bedingungen tritt im prinzip nur für den fall ein dass keine der vorangegangenen bedingungen erfüllt wurde dann geht er quasi hinten rein ich kann natürlich das else auch weglassen das geht auch ja dann wird es bedeuten wenn ich jetzt wenn jetzt keine dieser unterbedingungen erfüllt wird dann wird im prinzip hier dieser ganze teil übersprungen ja dann das wäre natürlich auch möglich ja je nachdem wie sie das dass sie das programm technisch ausdrücken wollen wichtig ist hier noch mal dass sie auch hier wieder mit einer zweifach verzweigung kommen können also indem sie einfach mehrere zweifach verzweigung miteinander kombinieren das hat man nämlich auch gemacht das sieht man auch schön hier unten einfach eine event funktion in der event funktion aufrufen also man spricht davon verschachteln können sie theoretisch auch mit einer zweifach verzweigung mehrfach verzweigung ausdrücken und das habe ich hier unten einfach mal gemacht ich habe jetzt einfach diesen algorithmus hier oben nur durch zweifach verzweigung ausgedrückt das heißt ich prüfe hier ab ist kleiner 5 grad also dieses hier wenn ja dann wintermantel sonst bin ich draußen wenn nicht dann muss ich die anderen alternativen noch überprüfen ruf also die nächste verzweigung auf zweifach verzweigung prüfe jetzt auf 15 grad wenn ja dann jacke anziehen und weg wenn nicht jetzt bleiben noch die beiden fälle hier übrig also kommt die nächste zweifach verzweigung und prüfe jetzt auf 25 grad wenn ja dann jackett und so weiter und wenn nicht dann bin ich quasi im s block drin und das ist im prinzip identisch mit dem hier oben ja das ist ganz ganz wichtig ja das ist im prinzip so haben wir das auch gemacht im excel ja wir hatten im prinzip wir hatten ja nicht nur wirklich echte zweifach verzweigung sondern wenn wir quasi mehrere alternativen hatten haben wir einfach dann event funktion ineinander verschachtelt ja und sieht man jetzt noch mal diese event schreibweise wie das dann aussehen kann das geht natürlich auch wobei natürlich diese ganze verschachtelung irgendwann mal unübersichtlich wird deswegen hat man halt die mehrfach verzweigung eingeführt damit ich das einfach viel besser schreiben wird ja mal sieht man auch wenn man mein weg nur drei wenn funktionen da verschachtelt ist das okay aber wenn man wegen sieben oder zehn wenn funktionen verschachteln muss wird das irgendwann ziemlich unübersichtlich aber und deswegen ist das wenn man sich muss klar in excel wenn ich jetzt im excel tabellen sheet bin dann geht es nicht anders habe ich halt nur die event funktion zur verfügung dann muss ich mir halt mit ihr behelfen aber wenn sie jetzt im vb a unterwegs sind im excel oder jetzt hier in madcad oder madlab dort haben sie auch eine echte mehrfach verzweigung da müssen sie das nicht unbedingt mit einer zweifach verzweigung ausdrücken man sieht ja schon an dem beispiel dass sie natürlich auch mit also algorithmisch gesehen kann man natürlich immer das jeweilige konstrukt nehmen ja aber man kann theoretisch auch mit anderen kunst mit zb mit einer zweifach verzweigung in mehrfach verzweigung ausdrücken und so weiter also man kann es gibt das keine feste regel ja also man kommt wenn man nur die zweifach verzweigung kann kommt man theoretisch relativ weit ja ich kann damit unter umstellen sogar eine einfach verzweigung ausdrücken aber auch eine mehrfach verzweigung ja das ist im prinzip auch möglich in der algorithmik wie kann ich das nochmal anders erklären das sind im prinzip werkzeuge ja um 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 algorithmen zu implementieren oder auszudrücken zunächst erst einmal irgendwelche abläufe und genauso wenn sie wie dass sie können natürlich mit dem hammer ein nagel einschlagen aber man kann im prinzip auch mit dem hammer noch andere dinge machen ist natürlich nicht unbedingt praktisch ja also man kann theoretisch sogar mit dem hammer vielleicht sogar ein nagel wieder entfernen aber eine zange ist da in der regel besser ja genauso kann ich mit einer zweifach verzweigung auch eine mehrfach ausdrücken aber eine mehrfach verzweigung ist da in der regel immer besser als das spezialwerkzeug ist meistens immer besser als in dem wenn sie irgendwie mit einer mit dem anderen werkzeug kommen was eigentlich dafür nicht gedacht ist allerdings wenn man halt nur den hammer kann kennt ja und beherrscht da macht man halt aber super als wenn hammer zu machen ja genauso wenn sie hat nur die event funktion können und verstehen alle anderen nicht dann versuchen sie natürlich alles mit auszudrücken